Und in Kürze werden wir alle, jung und alt, unserem neuen Oberhaupt die Treue schwören. Präsident Romanov von der UdSSR. Commander! Das war beeindruckend, was Sie da in Colorado vollbracht haben. Aber die Dinge haben sich geändert, während Sie im Kampf waren. Der Krieg ist vorbei. Wir haben inzwischen eine Tatsache erkannt. Die Kommunisten und wir verfolgen dasselbe Ziel. Ich frage mich, warum haben wir da ein bisschen zu spät gekannt? Ich denke, das müssen wir uns nicht weiter anhören. Offenbar stehen der Präsident und General Carville unter Einfluss des Psycholeuchtfeuers der Sowjets. Entwickelt wurde dieses Gedankenkontrollgerät von diesem Mann. Das ist Yuri. Unser System ist davon überzeugt, dass Yuri und sein Psychochor die waren, die unsere Verteidigung beeinträchtigten, und zwar vor der Invasion. Die Sowjets kontrollieren zurzeit fast die ganze Bevölkerung dieser Zone. Oh, keine Sorge, Commander. Ich bin noch nicht rot. Unser System hat den genauen Standort des Leuchtfeuers noch nicht ausgemacht, aber Sie können davon ausgehen, dass es von den Sowjets gut bewacht wird. Ich kann Ihnen alle unbeeinflussten Truppen gern zeigen. Zerstören Sie mit Ihnen das Leuchtfeuer. Wenn das passiert ist, wird der Präsident von uns an einen sicheren Ort gebracht werden. Ich kann Ihnen das Leuchtfeuers noch nicht ausgemacht, aber ich kann Ihnen das Leuchtfeuers noch nicht ausgemacht werden. Ich kann Ihnen das Leuchtfeuers noch nicht ausgemacht werden.